Larry Burns aus Schottland präsentiert seine Kür maximal 90 Sekunden lang zu einer selbstgewählten Musik. Es ist jeweils eine eigene Choreografie. Es geht in erster Linie um harmonische Bewegungsabläufe. Es geht um die Übereinstimmung der Posen zur ausgewählten Musik, um die Kreativität der Gestaltung des Programmes. Aber es geht natürlich auch hier darum, die einzelnen Muskelgruppen hervorzuheben, zu präsentieren. Das Muskelmasse, Muskeldefinition, das Muskelrelief, das sich abzeichnen soll. Das ist Mr. Schottlands. Belegte Platz 5 bei der Wahl.